Was eigentlich eine Reise nach Norwegen werden sollte, wurde uns zum Verhängnis. Zwischen Valkyren, den Allvater Odin, Seite an Seite mit Balder, Gott des Lichts, Ramm, Göttin des Wassers, und Brani, Gott der Dichtkunst. Und dem mächtigen Tor. Kämpften wir unseren Weg, durch das Totenreich vom Hehl, Wir widerstanden Loki, der uns hinters Licht führen wollte. Geleitet durch die Nornen, Götter der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Bis Heimdall, der alles sieht, Wächter des Bifröst, zur Götterdämmerung ruft, und alle zusammen stehen müssen. Dieser Track ist gut. Noch ein! Mit der Nornen! Jetzt feln wir uns an. Was hat die Koalwärme επalmiert? Wir sehen uns an.